Ja, liebe Leser von Feinpresse, mein Name ist Dirk Hörger, ich bin Bürgermeister Stadt Augustusburg. Dazu gehört Erdmannsdorf und sein tolles Schloss und wir freuen uns wahnsinnig auf euch zum Tag der unentdeckten Orte. Dürft ihr das Erdmannsdorfer Schloss erleben, eine sehr historisch wertvolle Stätte und ich hoffe, ihr kommt zahlreich und wir werden uns darum kümmern, dass es euch bei uns richtig gut gefällt. Also, wir freuen uns drauf.